Oh, der hier ist gut. Einige vermuten, dass Parkers Kräfte die Fähigkeit der männlichen Spinnen einschließt, Frauen zu hypnotisieren. Hör auf, lass es. Ja, mein Spider-Law. Können wir nicht den ganzen Tag hier oben bleiben? Es ist so verrückt da unten. Es ist wahr, Leute. Spider-Man ist tatsächlich Peter Parker. Hören Sie, ich hab Mysterio nicht getötet. Das waren die Drohnen. Die Drohnen, die Ihnen gehören. Bist du nicht irgendwie auch erleichtert wegen der ganzen Sache? Was meinst du? Jetzt, da alle Bescheid wissen, musst du dich nicht mehr verstecken oder die Leute anlügen? Nur fürs Protokoll, ich wollte dich niemals anlügen. Aber wie sagt man jemandem, dass man Spider-Man ist? Und jetzt wissen es alle. Aber es geht hier nicht um mich. Es verletzt eine Menge Leute. Ich hab grad drüber nachgedacht, wie ich das alles in Ordnung bringe. Also, Peter, was verschafft mir das Vergnügen? Tut mir leid, Sie belästigen zu müssen, Sir. Bitte, wir haben zusammen das halbe Universum gerettet. Das Sir haben wir schon längst hinter uns gelassen. Okay, Steven. Klingt eigenartig, aber ich gestatte es. Als Mysterio meine Identität aufgedeckt hat, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Kannst du es vielleicht möglich machen, dass er es niemals getan hat? Strange spricht diesen Zauber nicht aus. Das ist zu gefährlich. Na schön. Ich mach's nicht. Die ganze Welt wird gleich vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Warte, alle? Können wir nicht Ausnahmen machen? So funktioniert der Zauber nicht. Also wird MJ alles vergessen, was wir je durchgemacht haben? Nicht am Zauber rumpfuschen. Oh mein Gott, Matt, er ist mein bester Freund. Oh, Tante May sollte es wirklich wissen. Hör auf zu reden. Was ist gerade passiert? Wir haben an der Stabilität der Raumzeit herum gepfuscht. Das Multiversum ist ein Konstrukt, über das wir erschreckend wenig wissen. Das Problem bist du, weil du versuchst, zwei Leben zu leben. Je länger du das tust, desto gefährlicher wird es. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, Parker. Hallo, Peter. Hallo, Peter. cold communications. Hoffentlich ist ein Bigger Unschmeier. Ein Bigger Unschmeierlich. Bis zum nächsten Mal.